Ich bin Heike Herich aus Berlin und arbeite dort im Betreuungsverein Treptow-Köpenick als rechtliche Betreuerin und als Querschnittsmitarbeiterin für Beratung für Familienbetreuer und ehrenamtliche Betreuer und zum Thema Vorsorgevollmachten. Her name ist Heike Herich und arbeitet für die Internationalen Gädennetwerk und die localorganisation Betreuungsverein Treptow-Köpenick, die bedeutet Fundusio Tötela in Berlin. Sie ist ein sozialer Worker und sie ist responsible für die Trainings und Unterstützung von Volunteer-Guardians und Familien-Member-Guardians. Sie ist auch ein Adult-Guardian.